Untertitelung des ZDF, 2020 Frau Bundeskanzlerin, wir haben eine 24-Stunden-Dauer-Wahlkampfaktion eröffnet, wo wir über den ganzen Tag... Und meine Damen und Herren, wenn Sie glauben, dass auch ich gestärkt aus dieser Wahl hervorgehen sollte, wenn Sie glauben, dass wir eine starke Bundeskanzlerin brauchen, die auch international ihr Wort machen kann und die dafür Sorge tragen kann, dass die Schwachen und die Starken gleichermaßen sich zu Hause fühlen in unserer Gesellschaft, dann wählen Sie mit der zweiten Stimme auch CDU, weil das die Möglichkeit gibt, dass wir stark sind in einer Regierung, in einer neuen Regierung, einer entschlossenen Regierung, einer Regierung, die die Schwierigkeiten überwindet und Deutschland genauso wie in den letzten 60 Jahren zu Wohlstand, zu Arbeit und zu einem anerkannten Partner in der Welt führt, meine Damen und Herren. Wir haben immer bombig besuchte Veranstaltungen gehabt.